Heute im Angebot, ein Kilomet für 1,99. Wenden Sie sich bitte an das Personal. Ein Mitarbeiter bitte zum Lehrgut. Zweite Kasse bitte. Zahlen Sie in Bar oder mit Karte? Haben Sie eine Payback-Karte? Sammeln Sie Treuepunkte? Möchten Sie noch Bargeld abheben? Brauchen Sie den Kassenbon? Einmal Storno bitte an Kasse 7.